Schatz! Okay. Okay. Er will so ganz unuffällig leise aussehen. Titte! Nein, das war grad die Seite. Das war grad mein Speck. Schade, ich wollt grad wieder anfangen zu singen. Arsch und Titte. Arsch und Titte. Arsch. 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 Und Titte. Was ist die jetzt her? Ja, Psycho, du bist voll im Bilde. Ja, ja. So kann's gehen. Voll... Schuuuuh. Schuuuh. Schuuuh. Die gleichen sind schwarz. Oh, die gleichen sind schwarz. Wie sieht man da im Schuhfetisch? Nein, ich hab ein Endyfetisch. Schuuuh. Ich geh auf meine Glückskatze. Ich bin später weg. Die wippt aber die normale die ganze Zeit durch. Nein, irgendwann hört sie auf. Nein, es ist wie ein Metronom. Nein. Doch. Glückskatzen sind scheiße. Hab ich grad keins. Glückskatzen sind scheiße. Die sind voll dumm. Die sind unnötig. Ja. Feuer. Freak ist es. Vielleicht waren das die Vorgänger zum Hopper. Tschüss. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Feuer, Feuer. Immer so kompliziert. Tücken. Wie sie alle ne Kippe haben, aber alle behaupten sie hätten keine Vollassi. Ich nicht, ich nicht. Nein. Ich bin glad gehabt, der Brugketsch. Was hat sie denn? Tüß. Ja. Eine faszinierende Person. Eine faszinierende Person. Oh nein. Mein Gott, die hat leuchtende Augen. Mein Gott, Andy hat auch leuchtende Augen. Haare Andrea Halsband Eve, darf ich dein Fahrrad umwerfen? Nein, darfst du nicht Und jetzt? Was machst du bei euch dann? Boah, das blendet übel Guck mal, Zähne Warte Er hat rote Augen Ja Scheiße Was ist das? Keine Ahnung Wie sie alle rote Augen haben Jetzt kriegst du es gleich riefen So wird es passen Rote Augen I rote Augen Ne, nicht wirklich Wenn die Augen alle rot sind? Ja, nur wenn das Licht reinfällt Weil sich das Blut widerspiegelt Ladi da Nein, weil sich hinten die Haut widerspiegelt Nein, weil sich hinten die Haut widerspiegelt Das zählt zu Blut Die Haut ist, glaube ich Mit Blut Hornhaut 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 Ja, du hast vorne auf der Pupille Hornhaut 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 Deine Köpfe brennt ab So was passiert Vielen Dank.